Wie gesagt, noch herzlich willkommen zu unserem Webinar heute wieder. Ich habe festgestellt, letzte Woche waren scheinbar einige auch im Webinar wieder im Raum und haben sich gewundert, dass kein Webinar stattfindet. Tut mir leid, liebe Leute, es liegt nicht an mir. Das war irgendwie bei der Firma falsch eingetragen. Ich habe heute reklamiert, weil sie hätten nämlich heute kein Webinar gehabt. Also das kommt leider immer wieder vor. Wenn ihr merkt, da ist kein Bild, kein aktuelles oder ich komme nicht, dann könnt ihr davon ausgehen oder fragt mich vielleicht einfach über Facebook an. Aber in der Regel ist Webinar alle zwei Wochen und in 14 Tagen, soviel ich weiß, ist Allerheiligen, da wird keines sein. Also am 1.11. wird definitiv kein Webinar sein. Erst wieder dann die weiteren Termine im November. Das schon mal vorab. So, herzlich willkommen zu unserer Präsentation Skyway, die innovative Transporttechnologie der Zukunft und wie innovativ, das haben wir ja jetzt auf der InnoTrans gesehen. Wichtig auch hier noch, dieses Webinar ist ganz besonders gedacht für neue Interessenten, weil oft immer die Frage wieder kommt, ja ist denn das auch für neue interessant? Ja ganz besonders für neue, weil euch, die ihr schon lange dabei seid, ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon auswendig, wie die Technologie funktioniert oder die ganzen Hintergründe. Aber die neuen eben nicht. Und deshalb auch der erste Teil immer in einer Art Wiederholung. Hier Bilder eben vom Ökotechnopark. Um was geht es bei uns? Natürlich Stück für Stück, was ist Skyway? Wer ist der Gründer? Wie sieht es aus mit Patenten? Gibt es sowas? Die Technologie erkläre ich. Die Vorteile der Technologie. Die Anwendungsgebiete. Und ganz zum Schluss natürlich nach all den Punkten die aktuellen News. Und da habe ich natürlich heute inklusiv zerlegt, das ganz neue YouTube Webinar zu den Emiraten von Junitzki, wer es noch nicht gehört hat. Wer es schon gehört hat, der hört es dann heute halt kompakt zusammengefasst noch einmal von mir. So, wer ist der Junitzki? Hier sehen wir ihn mit einem Bild vom letzten Öko-Fest im August diesen Jahres. Und er ist Autor von zahlreichen Erfindungen. Viele davon wurden auch schon wirtschaftlich lukrativ umgesetzt. Er ist Verfasser von wirtschaftlichen Monografien und wissenschaftlichen Arbeiten. Was aber ganz besonders wichtig ist, er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdS der Astronautik. Aus dieser Zeit kommt auch die Idee mit Spaceway, das Vorprojekt eben für Skyway, das wir heute so intensiv unterstützen dürfen. Und er ist Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das, was sich in ganz seinen Zusammenhängen, in seinem ganzen Konstrukt widerspiegelt, zum Beispiel in den Öko-Häusern, in dem Humus, den er selbst produziert und so weiter. Da werden wir heute auch ein klein bisschen was dazu hören, warum der Humus so interessant ist. So, und natürlich ist er der Erfinder und der Chef-Ingenieur der Skyway-Spring-Transport-Technologie. Und diese Aussage, die er trifft, unser Tun ist von Humanismus geprägt. Das spiegelt sich tatsächlich in allem wider, was Junitzki an Erfindungen hat und jetzt unterstützt. Und deshalb dieser Satz, ich mag diesen Mann, ich muss das ganz ehrlich sagen, er strahlt eine Ruhe aus, eine Nächstenliebe, eine Menschenliebe, nur wer ihn persönlich kennt und viele haben ihn ja jetzt auch getroffen beim Öko-Fest oder jetzt in Berlin, die werden sicher das Gleiche sagen. So, alle Informationen ganz kompakt in englischer oder in russischer Sprache, natürlich kann man das mit Google Translate auch übersetzen, findet man ganz kompakt für die ganzen letzten Jahre zusammengepackt auf der Seite http.unitzki.com. Aha, die Karin sagt, es ist etwas besser, freut mich. So, ja natürlich hat Junitzki seine Technologie patentieren lassen, seine Fahrzeuge patentieren lassen, seine ganzen Bauwerke. Er hat die Marke registrieren lassen. Zur Markenregistrierung kommen immer wieder Fragen zu mir über Facebook und Co. Achtung, natürlich kann man das Wort Skyway nicht als Marke registrieren lassen, aber das Logo, ja, ihr könnt es jetzt hier wahrscheinlich kaum sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das nennt man Pleiten, Pech und Pannen. Also wenn ihr wieder einen Beitrag braucht für die Fernsehsendung, ich habe sie euch jetzt heute geliefert. Ich bin irgendwie rausgeflogen, sowas kommt auch bei mir. Danke Gerhard Steinriegel, er hat mir gesagt, ich bin wieder da. So, also nochmal zurück zum Thema Patente und so weiter. Natürlich gibt es für alles, was es gibt, Gebäude und so weiter, viele zahlreiche Patente. Es gibt auch den Golden Schario. Auch da hat irgendjemand in einer Gruppe mal gesagt, er findet den Golden Schario nicht. Also glaubt mir, diesen Golden Schario gibt es. Ich habe ihn nämlich auch gefunden. Der erste war 2009 und der letzte im vergangenen Jahr. Also auch das kann man überall im Netz finden. Man muss nur wissen, wo. Und dazu könnt ihr gerne einfach mal googeln und dann findet ihr das auch. Aber ich gehe jetzt natürlich hier nicht weiter drauf ein, weil das findet man, wenn man möchte, alles im Jahresrückblick 2017. Genauso das Gleiche gilt für den Zertifizierungsprozess des ganzen Ökoparkes für die ersten Fahrzeuge. Mittlerweile sind vier, die zertifiziert sind. Und das nächste, das jetzt ansteht, ist das Heizdieffahrzeug. Wir haben ja im Interview gehört, kommen ja noch dazu, es ist ja schon wieder ein neues in Arbeit. Also hier auch alle Arbeiten, die Vorarbeiten, die bisher machbar sind, schon abgeschlossen. Und nach und nach werden natürlich weitere Fahrzeuge dazukommen, Linien dazukommen, wie die neue Leichtlauflinie. Die werden wir heute auch noch drüber hören. So, was ist Skyway? Skyway ist eine Transporttechnologie, mittlerweile sehr, sehr beliebt in aller Welt. So viel können wir schon mal bestätigen. Sie bewegt sich auf einer speziellen Schienenkonstruktion auf der zweiten Ebene. Und wir sehen hier schon einige Bilder. Ich werde jetzt mal versuchen, mit dem Pfeil, wenn er mitspielt, noch jemand darauf eingehen. Hier zum Beispiel ganz interessantes Thema ist Hafenlösungen mit Skyway. Das Thema weltweit auch. Dann natürlich jetzt aktuell Highspeed. In der Wüste wird ein Thema werden. Stadt, Smart City Konzepte und so weiter. Diese spezielle Schienenkonstruktion beinhaltet auch die Möglichkeit, Multiple, zum Beispiel Stromleitungen, Glasfaserkabel noch zu integrieren. Der Fakt ist, es ist alles sehr ökologisch, sehr modern. So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Als ich es das erste Mal gesehen habe, 2016, dachte ich, das ist irgendwie so ein futuristisches Konstrukt aus Enterprise oder was weiß ich. Heute ist es natürlich, wissen wir, es ist und wird Realität. So, wo liegen die Vorteile? Die Vorteile liegen natürlich ganz besonders auch in der Verkehrssicherheit. Warum? Es bewegt sich auf der zweiten Ebene. Es ist ein spezielles Schienenkonstrukt, ein spezielles Anti-Entgleichs-System, weil natürlich auf dieser Höhe muss es auch gesichert sein. Es ist ein hoher Schutz vor Überschwemmungen da. Auf dieser Höhe hier spielt keine Rolle, wenn ein Fluss über die Ufer geht. Das betrifft vielleicht Häuser und Straßen, aber nicht Skyway. Gegen Erdbeben haben wir einen hohen Schutz, weil wenn ein oder zwei Pfeiler ausfallen, durch das Konstrukt, wie die Schiene aufgebaut ist, würde es trotzdem noch befahrbar sein. Und durch den besonderen Aufbau der Schiene, das werden wir alles noch sehen, ist es auch ziemlich terrorresistent. Das heißt natürlich nicht, dass es überhaupt nicht anfällig ist. Das gibt es nicht, die absolute Sicherheit. Aber wesentlich sicherer als alles, was bisher eben da war. Und das ist auch so ein typisches Thema eben für Überschwemmungen, wenn es weiträumig ist, zum Beispiel in Australien, Afrika kann ich mir vorstellen, in Afrika wird es zwar wahrscheinlich kaum mal Überschwemmungen geben, aber vielleicht in Regenzeiten doch. Dann muss man hier die Schienen alles wieder erneuern, was mit Skyway natürlich komplett ausfällt. Und ja, natürlich Suizid und solche Sachen sind hier auch nicht so einfach wie bei einem normalen, ich schmeiße mich vor den Zug, Vorgang. Und wenn man überlegt, dass sich in Deutschland 1500 Personen jedes Jahr vor den Zug werfen, dann ist das natürlich schon heftig. Aber ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Umweltfreundlichkeit. Es gibt ja immer mehr Umweltkonferenzen. Vor kurzem war ja in den skandinavischen Ländern wieder eine. Da hat man ja auch Skyway sehr stark befürwortet und gesagt, das Konzept, umweltfreundlich alles zu bauen, das kann man normalerweise gar nicht mehr selbst bezahlen. Aber der Weg, wie es Skyway jetzt macht, mit der Unterstützung der breiten Masse, könnte man hier natürlich sehr viel bewegen. Warum ist das so umweltfreundlich? Keine staubildenden, umweltschädlichen Erdaushübe, wie beim Straßenbau oder Schienenbau zum Beispiel. Tiere werden nicht gestört, sie können sich frei unten drunter bewegen. Keine Eingriffe in den Grundraschsspiegel, was ja oft auch langfristig zu massiven Problemen führt. Dann kein Abgashaushalt und Reifenabrieb. Wir kennen es ja, jetzt kommt der Winter wieder. Vielerorts wird es nicht gestreut, vielleicht zu Unfällen und so weiter. Brauchen wir bei Skyway alles nicht. Und natürlich extrem niedriger Energiebedarf im Verhältnis zu allen anderen Sachen, die wir bisher schon kennen. So, dann ist das Ganze ja relativ komfortabel. Ja, natürlich ist ein Intercity auch schon komfortabel. Allerdings ist das Ganze ganz anders aufgebaut. Warum ist es komfortabel? Ich habe hier keine Wartezeiten. Wir haben ein Tür-zu-Tür-System. Wir können mit kleineren Fahrzeugen, die einfach hier in solchen Türmen warten, wenn ich ankomme, können wir relativ schnell uns in eine andere Richtung bewegen. Es ist ein ganz anderes Konzept. Es gibt hier keine Menschenansammlungen, denn wir werden aussteigen, meiner Meinung nach Rolltreppe runter ins nächste Fahrzeug. Das merkt ein automatisiertes System. Merkt halt, da kommt die Rosemarie, die möchte hier in die andere Richtung fahren und ein Fahrzeug kommt, je nach Größe, was alles da ist, und bewegt mich in eine ganz andere Richtung. Und wenn ich wirklich warten muss, dann ist es natürlich auch sehr komfortabel, ganz besonders, wenn die Sonne auch scheint, dann kann ich hier oben vielleicht schon einen Coffee-to-go oder sowas trinken mit meiner besten Freundin und kann auch mal auf einem Plausch mich treffen zum Beispiel. Das Ganze ist automatisch gesteuert. Dadurch gibt es keinen, ja, der Fahrrad sehr gut oder der Fahrrad sehr ziemlich gut. Dann ist es vor allem auch, das haben wir auch schon gehört, Blockchain gesteuert. Also es sind keine Eingriffe von außen möglich, die das Ganze manipulieren können. Auch eine ganz wichtige Sache. Und natürlich ist die Schiene sehr, sehr eben. Das werden wir aber dann bei der Technologie uns nochmal genauer anschauen. Aber das Wichtigste, ja, wenn man solche Strecken errichtet, das sind die Baukosten und die Betriebskosten. Ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Weil, nehmen wir das Beispiel Hyperloop, wenn wir hier 10 Kilometer von, was weiß ich, 50 bis 100 oder noch mehr Millionen, wer soll das bezahlen? Ja, das ist einfach ein Unding. Das geht nicht. Und das Interessante bei Skyway ist, dass es auch noch günstiger ist, wie alles andere, was bisher auf dem Markt ist. Und zwar erheblich günstiger. Warum ist das so? Erstens mal, wenig Flächenbedarf. Wir sehen schon an den Bahnhöfen, die wesentlich kleiner sind, wir haben ja keine Menschenansammlungen, wie jetzt zum Beispiel herkömmliche Bahnhöfe. Schaut euch Stuttgart auf, schaut euch München an, Hamburg, was weiß ich. Diese Riesenflächen, die hier benötigt werden, brauchen wir hier nicht. Die Bahnhöfe sind zugleich eben auch die Spannstellen. Können integriert werden zwischen Hochhäusern zum Beispiel und so weiter. Also wenig Flächenbedarf. Natürlich auch wenig Flächenbedarf für die Pfeiler. Eine Straße braucht wesentlich mehr Flächen. Jetzt schauen wir uns mal Dubai an oder die Emirate oder sonst wo. Die Wüstengebiete. Wenn man hier durch Straßen noch alles zuflastert, dann gibt es ja überhaupt keinen Lebensraum mehr. Und das ist natürlich hier fantastisch mit Skyway. Geringe Kosten für Erdarbeiten, versteht sich von selbst, resultiert natürlich daraus wesentlich geringeren Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das liegt am Aufbau der Schiene, die wir uns dann ansehen. Wie sieht es aus mit den Betriebskosten? Es kann zu jeder Zeit gefahren werden, egal ob es regnet, schneit, stürmt, was weiß ich. Es ist immer möglich zu fahren. Und wir wissen ja, wenn jetzt zum Beispiel Fracht nicht transportiert werden kann, weil es vielleicht Schneestürme gibt und so weiter, dann sind das auch finanzielle Ausfälle. Natürlich auch für Beschäftigte, wenn die nicht transportiert werden können, können sie nicht arbeiten. Und unsere Arbeitszeit ist natürlich Geld. Also das mal nebenbei. Niedriger Kraftstoffverbrauch ist klar, dass das natürlich ein erheblicher Faktor ist bei den Betriebskosten. Es wird automatisch gesteuert. Wir brauchen kein Personal zum Steuern. Die Steuerung erfolgt eben in den Steuerungszentralen über die Blockchain. Und wir können hier sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten fahren. In der Stadt sagt man 150 bis 200. Je nachdem. Es muss natürlich auch machbar sein. Die Strecke muss entsprechend lang sein für diese Geschwindigkeit. Außer halt aktuell eben mit den Highspeed geplant sogar bis 500. Langfristig 600. Und ja, schauen wir mal, wenn Hyper-U kommt, sogar noch 1250. Aber das ist natürlich im Moment noch Zukunftsmusik. So, Fracht auch schon. 150 bis 200 Stundenkilometern soll das möglich sein in der Zukunft. Warten wir erst mal ab. Also das sind natürlich Faktoren, die zu einer schnellen Amortisation, das heißt zu einer schnellen Rentabilität führen, dass einfach die Kosten, die entstanden sind, abbezahlt sind durch die Fahrtkosten. Und wenn natürlich niedrige Betriebskosten sind, dann sind auch die Fahrtpreise für uns, ja, die diese Sachen nutzen, wesentlich geringer. Und das ist auch für uns interessant. So, meistens spricht man von drei bis fünf Jahren. Es kann natürlich bei weniger Befahrenen auch mal zehn Jahre sein. Aber es kann bei viel Befahrenen, Streckenen auch kürzere Amortisationszeiten geben. Je nachdem. Auf alle Fälle ist es wesentlich kürzer als alle bisher dagewesenen Transportwesen. So, jetzt schauen wir uns die Technologie an. So, hier haben wir die Basis unserer Schiene. Ja, die Schiene, das war der Ursprung. Wir sehen uns das Ganze mal am Ursprung an. Wir haben hier ein Bündel vorgespannter Seile. Nennen wir das mal Stahlseile, Strings oder Seite. Man nennt es auch die Seitentechnologie. Warum? Es wird verglichen mit einer Gitarrenseite. Wenn man die Gitarrenseite spannt, dann kann man die natürlich viel stärker belasten, wie wenn sie einfach nur aufgewickelt ist. Und da könnte man sie auch brechen. Was man unter Spannung sehr, sehr schwer kann, ja. Dieses Wissen hat man sich zur Nutze gemacht, hat das Ganze natürlich auf dickere Stahlseile gespannt, mehrere miteinander verknüpft und eben hier ist noch ein Befestigungselement dabei, dass das Ganze eben hält. Jetzt neu. Nutzt man das nicht mehr so, man braucht auch dieses Befestigungselement nicht mehr, um dieses Bündel zusammenzuhalten, sondern man hat das Ganze jetzt durch beim Spannen gedreht. Ja, miteinander so verdreht, somit braucht man natürlich auch das Befestigungselement nicht mehr und gibt es einfach hier gespannt in die Schiene. Und den Zwischenraum hier, den füllt man mit einem speziellen Beton. Dieser Beton ist eine spezielle Körnung, der erstens mal die Schwingung, die ja bei Stahl vorhanden ist und auch sehr laut ist, unterbindet, damit auch den Lärm unterbindet. Und es braucht natürlich wesentlich weniger Stahl, weil wir haben ja nur das Stahlgehäuse und den Spring, ja. Das ist ja Beton und Beton ist bekanntlich auch günstiger wie Stahl, ja. Also diese Ressource sehr wichtig. So, neuerdings, wie gesagt, werden Sie gespannt und dieser Raum, je nachdem wo es sich befindet, oben, unten oder in der Mitte, wird eben der leere Raum mit diesem Spezialbeton ausgefüllt, der die Schwingung unterbindet, der das Ganze kostengünstig macht und er enthält noch eine Substanz. Diese Substanz verhindert das Rosten der Schiene. Sehr wichtig, dadurch haben wir diese Langlebigkeit. Man spricht, dass eine Schiene zwischen 50 und 100 oder sogar länger, Jahre hält, erhalten kann. So, und oben darauf haben wir natürlich hier diese Stahlkopfschiene. Darauf fährt dann sehr breitflächig, wesentlich breitflächiger als bei der Eisenbahn, das spezielle Rad von Junitzki. So, man weiß jetzt, diese Stahlseile hier kann man auch bei leichteren Trassen, Leichtlauftrassen, ersetzen mit neueren Stoffen, so Kohlefaserstoffen, Kevlar, Nanomaterialien usw. Wo liegt der Vorteil? Der Vorteil liegt, dass Stahl natürlich eine gewisse Zugbelastung hat. Ja, man spricht hier von 10.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Ich bin kein Techniker, ich kann euch nur die Zahlen nennen. So, aber was ich verstehe, dass mit diesen neuen Materialien 50.000 Kilogramm erreicht werden können. Das heißt, das Fünffache bedeutet, mehr Zugspannung, dann kann ich auch weitere Distanzen erreichen. Das Schöne daran ist aber, dass diese Materialien auch noch leichter sind. Das heißt, der Durchhang ist nur ein Zehntel von den Stahlseilen. Das heißt zum Beispiel bei 5 Kilometer statt 100 Meter Durchhang sind es nur 10 Meter. Jetzt, wenn ich nur einen Zehntel Durchhang habe, dann brauche ich ja weniger Spannung. Jetzt habe ich aber hier bei diesem Material das Fünffache an Spannmöglichkeit und nur ein Zehntel an Durchhang. So, das heißt für mich 10 mal 5, ich habe viel größere Distanzen, die ich zwischen den Spanntürmen habe. Ich spreche von den Spanntürmen und nicht von den schmälernen Pfeilern. Ich zeige euch noch genau, was ich damit meine. So, hier sind zum Beispiel diese Haltestellen, das meine ich nicht. Ich meine die Spannstellen, wo dann eben auch zum Beispiel die Bahnhöfe integriert werden. So, hier haben wir die momentan drei verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben ja schon gehört, es gibt jetzt mittlerweile eine vierte Möglichkeit. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier bei diesem. Wir haben die starre Konstruktion für schwere Fracht oder zum Beispiel für Highspeed. Ja, unsere neuen Highspeed-Module, die in allen Variationen in Zukunft gebaut werden. Hier sieht man auch ganz deutlich das Rohr, wo man zum Beispiel Glasfaserkabel integrieren kann oder Stromleitungen. Dann gibt es eine ganz große Besonderheit, diese ganz, ganz schmale Schiene. Ja, man sieht hier schon, wie schmal die ist und darauf fahren hier diese Fahrzeuge. So, man kann hier bei diesen schmalen Schienen ganz, ganz tolle Ergebnisse haben. Zum Beispiel zwischen zwei Türmen, zwischen Hochhäusern, zwischen Türmen zum Beispiel im Gebirge. Und da kann man eben schon viele Fahrzeuge fahren lassen und noch die Erdanziehung, das heißt die Gravitation, ausnutzen. Weil runter geht es von alleine, das wissen wir, selbst wenn wir hinfallen, runter rollen wir alleine. Rauf, naja, da bremst es uns aus. Und genauso ist es hier bei den Fahrzeugen. Runter fahren sie alleine, Rauch jetzt bremst automatisch durch die Erdanziehung. Und das kann man so berechnen, dass man fast ohne Energie von A nach B fährt. Was bedeutet das, wenn ich keine Energie habe? Ich denke, damit die Betriebskosten und die Fahrpreise können dadurch reduziert werden. Super für uns alle auch. Ja, und dann gibt es noch die halbstarre Konstruktion, das sehen wir jetzt hier. Die halbstarre Konstruktion ist ein Mittelteil, das ist natürlich hier für Unibus, leichtere Unibus, Unibus und so weiter. Ist einfach so ein Mittelweg. Und auch hier könnte man also auch diese Leitungen mit integrieren. Man sieht hier, ja, hier zum Beispiel das Ring oben. Dann kann er auch eben ganz unten sein oder hier in der Mitte, ja. Das kommt eben ganz darauf an, wie man es benötigt. Ist es in der Mitte, brauche ich es unten. Warum? Weil das Ring versucht immer sich gerade zu ziehen. Das liegt einfach in der Natur. So, wenn er sich gerade zieht, normalerweise zieht sich die Schiene nach oben. Wenn jetzt Druck drauf kommt durch ein Fahrzeug, dann drückt es nach unten und so habe ich eine ebene Schiene. Ja, eine ebene Fahrt. Und das kann man eben genau berechnen. Also ich nicht, aber Junitzki und seine Leute sicher. So, und bei der Staddenkonstruktion habe ich noch die Besonderheit. Ich kann hier unten auch noch Fahrzeuge fahren lassen. Hier zum Beispiel das Hängemodul-Tool eben auch im Öko-Technopark. So, wichtig ist natürlich bei dieser Technologie die ganz große Besonderheit, das ist das spezielle Motorrad. Dieses Motorrad wird Junitzki vom kleinsten Detail nie aus der Hand geben, ja. Also es wird er immer mit seinen Leuten selbst herstellen. So, es ist ein Allrad, nennen wir es mal so. Jedes einzelne Rad ist selbst motorisiert, ja. Man braucht bei SkyWay kein Getriebe, denn diese Motorräder sind gespeist mit der Energie und die sind der Antrieb für die Fahrzeuge. An der Seite haben wir zur Absicherung noch ein Rad hier mitlaufen. Genauso, man sieht hier schön flach und eben aufliegend. Hier sieht man es auch ganz deutlich. Darum ist es wichtig, dass es flach aufliegt. Weil man hat ja, wenn es aufliegt, eine gewisse Druckbelastung, ja. Und man weiß bei Stahl, ab einer Druckbelastung von 500 Megapaskal fängt Stahl an zu verschleißen. So, wir haben hier einen Vergleich zwischen dem Eisenbahnrad und dem SkyWay-Rad. Das SkyWay-Rad liegt hier sehr breitflächig auf, das heißt keine punktuelle Belastung wie zum Beispiel beim Eisenbahnrad. So, dadurch haben wir eine Belastung von 200 Megapaskal, das heißt 300 Megapaskal unter dem Verschleißbereich. Und das gleiche gilt natürlich für das an der Seite mitlaufende Rad hier. So, anders ist es beim Eisenbahnrad. Das Eisenbahnrad hat hier zum Entgleisschutz diesen Schnabel, ja. Hier sehen wir ihn, den haben wir links und den haben wir rechts. Es liegt hier nicht eben auf, sondern nur sehr punktuell, ja. Sehen wir hier. Man sieht auch, hier sind Zwischenräume, das heißt, wenn sich das Rad bewegt, der Kegel, dann bewegt sich das gleich. So haben wir einen ungleichmäßigen Verschleiß, weil wir haben hier, nämlich durch diese punktuelle Auflagefläche, einen Druck von 1000 Megapaskal, das heißt weit über dem Verschleißpunkt. 500, wissen wir, ist der Verschleißpunkt, 1000 haben wir hier, 200 bei SkyWay. Also ein riesengroßer Unterschied. Und das sind natürlich massive Vorteile, warum die Schiene wesentlich länger hält, bis sie vielleicht mal abgeschliffen werden muss oder erneuert werden muss. Also wesentliche Vorteile. So, was noch wichtig ist, wir haben ja gehört, wir haben ja einen Allrad, ja. Wir haben kein Getriebe, Getriebe, wie zum Beispiel kein Auto, wissen wir. Getriebe, Getriebe ist sehr schwer, macht das Auto schwer. Haben wir hier nicht, ja. Dazu kommt, wir haben hier so Abstandsmessungen, Nocturne, Mähfestreckenmessgeräte und so weiter, Nocturne Kameras. Die merken, wenn ein vorhergehendes Fahrzeug bremst, weil vielleicht ein Rad ausfällt. Kann es immer geben. Können auch alle vier ausfallen, zum Beispiel, ja. Wenn alle vier ausfallen würden, dann würde das Fahrzeug stehen. Das Nachfolgende wird es aber sofort merken und wird es sofort automatisch gebremst werden. Und da das so ist, brauchen wir auch keine Sicherheitsfahrzeuge, ja, weil sie ja nicht auffahren können. Und zudem gibt es noch hier eine Kupplung, eine Notkupplung, wenn jetzt so ein Fahrzeug bremst oder ausfällt, dann ist es nicht wieder bei der Seilbahn, dass wir ein Problem haben, dass wir die Leute rauskriegen, sondern da schickt man einfach ein anderes Fahrzeug hin, dieses andere Fahrzeug kuppelt an und zieht dieses defekte Fahrzeug eben in den nächsten Haltepunkt. Also hier wesentliche Vorteile im Gewicht, wenig Gewicht, wenig Energie. So, und der allerletzte Faktor, der natürlich auch zum Energieverbrauch dazu beiträgt, das ist der Windwiderstand. Das kennen wir ja von den Rallye-Fahrzeugen. Und der Windwiderstand ist ganz entscheidend. Wenn ich viel Windwiderstand habe, dann brauche ich mehr Energie, um das Ganze eben entgegenzuwirken. So, jetzt wissen wir durch diese Tunnel-Tests hier, dass diese Form, die auch zum Beispiel der Intercity nutzt, schon sehr, sehr effizient ist im Energieverbrauch. So, Fakt ist aber, wie beim Intercity, der fährt auf den Boden, hat man hier einen Zwischenraum. Dieser Zwischenraum führt zu Luftverwirbelungen. Diese Luftverwirbelungen vervierfachen den Windwiderstand und somit den Energieverbrauch. Man nennt das turbulente Strömungen. Und eben ein Viertel von der Energie nur, ist klar, das sind all die Faktoren, die dazu beitragen, dass Skypie natürlich hochinteressant ist in Bezug auf Energiebedarf. So, das waren die wichtigsten Faktoren jetzt zur Technologie. Jetzt, wo kann man die Technologie einsetzen? Natürlich ganz hochinteressant im Frachtbereich. Und da haben wir noch die Besonderheit bei Skypie. Wir haben nicht nur die Fahrzeuge, das heißt hier oben die schwere Fracht, die zum Beispiel eine Tragfähigkeit bei dieser Schiene hat, bis zu 100.000 Tonnen, das ist ja enorm, natürlich aneinander gehangen, aneinander gereiht. Und eine Beförderungsstrecke, und das ist auch die Frage, die immer wieder zu mir kommt, ja wie lange halten die Akkus? Ein Akku kann eine Beförderungsstrecke beim Frachttransport bis 10.000 Kilometer zurücklegen. Und das ist natürlich beachtlich. Die Schwindigkeit steht hier noch 120, also es ist schon schneller möglich, mindestens 150, vielleicht sogar in Zukunft noch etwas mehr. Also Unitskick produziert hier je nach Bedarf natürlich entsprechende Fahrzeuge. Aktuell ebenso Containerfahrzeuge für die Emirates, haben wir ja schon gehört, für diejenigen, die das Interview gehört haben. So, was er noch hat im Frachtbereich, und das ist auch entscheidend, er hat spezielle Be- und Entladungssysteme. Be-Ladungssysteme in den Fabriken zum Beispiel, Entladung zum Beispiel in den Häfen. Ja, wer die Videos vielleicht schon gesehen hat, wie das dann auf die Schiffe geschüttet wird und so weiter, ich glaube 5 Tonnen in 4 Sekunden, also das ist beachtlich. Natürlich können auch Container direkt verschifft werden. Ja, und das sind natürlich erhebliche Vorteile. Damit kann man Häfen erstens mal entfernen, aber was noch ein wesentlich größerer Vorteil ist, es gibt ja Häfen, die zum Beispiel sehr seicht sind. Ja, in diese Häfen können große Schiffe überhaupt nicht einfahren. Wenn ich aber diesen Hafen im Meer hinauf verlage, 15 bis 20 Kilometer, dann ist das Meer höchstwahrscheinlich schon tiefer, und dann können vielleicht auch größere Schiffe eben dort beladen werden. Und das schafft natürlich wieder Möglichkeiten für Häfen, Ressourcen für Häfen, die es bisher für diese Häfen überhaupt nicht gab. Ja, das nur mal nebenbei bemerkt, vielleicht, dass man sich da auch mal Gedanken darüber macht, warum die C, die speziellen Hafenlösungen von Skyway so interessant sind. Natürlich alles computergesteuert, auch für die Erdölindustrie interessant, da gehe ich aber heute mal nicht drauf ein. So, dann gibt es natürlich die Personenbeförderung, das beginnt von Stadtverkehrslösungen, die sogenannten Smart Cities Konzepte. Dann geht es weiter mit dem Regionalverkehr und natürlich dem interregionalen Skyway-Verkehr, der bis 500, 600 Stundenkilometer sein soll und ganz langfristig natürlich Hyperview. So, dann wird es auch im Tourismus- und im Freizeitbereich jetzt schon eingesetzt und geplant werden in Zukunft, nämlich mit den Unibikes oder zum Beispiel auch kleinere Unibüsse. Also, es gibt hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Was ich noch erwähnen möchte im Smart Cities Konzept, hier ist ja auch noch interessant, hier kann man ja auch noch integrieren, wenn man möchte, wenn man neue Städte aufbaut, die tollen Öko-Häuser, die in Zukunft kommen werden. Ja, darüber sollten wir uns auch noch mal ein bisschen Gedanken machen, gerade wenn ich heute dann noch mal auf das Interview von Junitski eingehe. So, wir wissen, ja, es gibt in Minsk ein Testgelände und jetzt wissen wir auch, es gab bereits 2001 bis 2009 ein Testgelände, nämlich in der Nähe von Moskau in der Stadt Otteri. Ja, dort hat man schon die ersten Tests gemacht auf der Schiene mit diesem LKW, der heute ja in Minsk steht. Damals wurde das Ganze auch schon von MediDev empfohlen und unterstützt und als, nicht von MediDev, von Morosov und als dann MediDev, der damalige Präsident, glaube ich, auch heute noch, zugestimmt hat, hat man leider in einer Nacht-und-Level-Aktion alles zerstört. Und letztens, und da gab es eben damals auch schon diesen Null-Kilometer-Stein in Moskau. Heute ist der ja in Minsk, das wissen wir, und dieser LKW eben wurde letztes Jahr auch gefunden und auch nach Minsk gebracht. Damals waren schon wichtige Personen dabei, der Lebed, der ja leider dann 2002 bei einem Hubschrauberunglück verstarrt, und Teröhin, der ja heute auch wieder Junitski unterstützt. So, dann haben wir hier dieses Projekt, das wir im Moment noch finanzieren dürfen. Hier die aktuellen Bilder draus von diesem Jahr. Das müsste im Mai gewesen sein. Mittlerweile ist ja schon wieder ein bisschen mehr passiert, ja, mit den neuen Strecken, neuen Gebieten und so weiter. So, wir wissen auch, dieser Mars, diese Skyway-Technologie, hat sich in entsprechenden Etappen entwickelt, nämlich als damals alles zerstört worden ist, hat Junitski 2013 den Entschluss gefasst, beginnen wir jetzt mal hier, den Entschluss gefasst, das Ganze über dieses Crowdfinancing zu investieren. Und da gab es einen Mann, den ich mittlerweile auch kennengelernt habe, der damals mit ihm gestartet hat, Sergei Derminov. Der hat damals mit ihm gestartet und dann haben sie eben dieses Prinzip hier erarbeitet und eben 2015 mit dem Bauvorhaben gestartet, mit den Rodungsarbeiten. Damals war auch schon der australische ehemalige Verkehrsminister Rostrup dabei, im Oktober bei der Nullkilometer-Steinlegung. Im 2016 ging es dann weiter mit der Demonstration, das heißt mit der Innotrans, wo ich dann auch schon dabei war im September und dem Zertifizierungsprozess mit der Mannschaft aus St. Petersburg, die dann im Dezember den Zertifizierungsprozess gestartet hat und der 2017 dann Ende des Jahres zumindest für den Ökopark abgeschlossen war. Ja, natürlich die einzelnen Fahrzeuge, immer wieder Neuerungen, müssen natürlich immer wieder neu zertifiziert werden und es müssen natürlich in den entsprechenden Ländern, wo gebaut wird, auch einzeln Tests durchgeführt werden und zertifiziert werden. So, also wie ist das Ganze vermarktet worden? Natürlich muss man das Ganze bekannt machen. Und der Start war eben die Innotrans 2016, dann viele, viele weitere Messen 2016, 2017, weitere auch 2018, Forums für Hilfetechnik in Indonesien, wo ja jetzt leider, komme ich auch noch mal kurz dazu, das Ganze eingefroren wurde und natürlich die Future City Show in Dubai im April, der Startschuss für das, was heute dort passiert. Und viele von uns, Singapur auch war eine wichtige Messe, das ist ja auch ein wichtiges Wirtschaftszentrum und vielleicht auch ein, vielleicht auch mal ein Finanzzentrum, wer weiß, vielleicht wird das sogar mal eine Börse werden, wo so gut geht es mir, das steht ja alles noch nicht fest, könnte ich mir persönlich aber gut vorstellen. So, und dann natürlich dieses Jahr die Innotrans, viele waren ja dabei, hier, da haben wir den Erwin Mari, Erwin, ich darf dich hier mit drinnen lassen, hoffe ich. Dann natürlich Junitzki mit Franchicek Solar und mit Alexei, hier hat man einen Auszug aus den Bildschirmen hier drinnen, hier sind wir noch dabei und hier eben das ganz tolle Judikar. Dann die Ergebnisse, es waren viele Besuche da aus Italien, war ein iranische Unternehmen, wo ich nie gedacht hätte, dass die interessiert sind, dabei sind die sogar sehr interessiert, Tschechien, Slowakei und hier geht es um das Thema Afrika. Ich ahnte es nicht, aber das ist tatsächlich Thema. Ja, ja, und dann wurden natürlich auch wichtige Vereinbarungen geschlossen, letztes Jahr im Dezember mit der Moskauer Hochschule, die ja jahrelang gesagt hat, das ist nicht möglich, aber ihren Fehler eingesehen hat, das Ganze jetzt mit Studentenausbildung und so weiter unterstützt. Ganz aktuell haben wir jetzt gehört, auch in Vietnam ein Abkommen geschlossen, mit der Universität in Hanoi und natürlich jetzt ganz neu, hören wir heute noch dazu, eine Vereinbarung mit den Vereinigten Emiraten. Da gibt es ja auch so tolle Gerüchte, angeblich hätte das Grundstück der Hochschule gehört und das Ganze würde, die hätten den Vertrag zurückgezogen. Naja, diese Gerüchte wurden ganz klar jetzt widerlegt mit dem Interview von Junitzki. Dann gab es zahlreiche Verhandlungen, ich gehe nicht mehr auf die Details ein, weltweit in den Ländern, Australien, Indonesien, Indien, das ist im Moment alles auf Eis gelegt. Warum? Das glaube ich wird uns deutlich, wenn wir heute darauf eingehen, was in den Emirates passiert. Denn wir müssen einfach vernünftig sein. Junitzki kann mit der Mannschaft, die er jetzt hat, nicht an allen Ecken und Enden beginnen. Das würde nicht funktionieren. Absolut nicht. Er muss irgendwo beginnen, er muss es beweisen und dann kommt alles andere allein, dann kann er die Mannschaft auch stoppen und dann kann er sich auf die anderen Zentren konzentrieren. Und wenn ich ein bisschen logisch denke, dann mache ich das dort, wo es am einfachsten ist, wo die Mittel da sind, wo ich die Möglichkeiten habe, wo ich alle Unterstützung habe. Und das ist nun mal in den Emirates. Wir wissen aber auch in Russland ein ganz großes Thema, da will er aber im Moment noch nicht drüber sprechen. Das gleiche gilt für Weißrussland, für Italien, für Türkei, für Lateinamerika, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru, Brasilien, Argentinien. Auch da gab es schon Gespräche mit den Hochschulen. Kanada, USA, Malaysia. Wie gesagt, Afrika, Vietnam ist sowieso ein Riesenthema. Vietnam ist ein Riesenthema. Ich habe heute wieder gehört, dass sie den nächsten Wochen schon wieder nach Vietnam reisen. Also das große Thema. Und hier, wie gesagt, Emirates lasse ich jetzt aus, weil da berichtet er uns ja dann im Interview. Dann natürlich das Projekt in der Schweiz. Da geht natürlich, da muss noch vieles vorbereitet werden. Wir wissen, es ist das erste tokenfinanzierte Projekt. Bitte Leute, habt Geduld. Die ersten Infos sind da. Er will uns Ende des Monats Informationen geben. Wenn es Anfang November wird, ist doch auch kein Problem oder Mitte November. Bitte habt Geduld. Es ist und bleibt ein Start-up. Aber dieses Start-up, das muss extrem gut vorbereitet sein. Sonst geht es den Bach runter. Und das liegt sicher nicht in unserem Interesse. Also wie gesagt, dieser Vertrag San Bernardino in der Schweiz, habe ich gehört, es sind zwei Linien. Und diese zwei Linien sind der Anfang für ein ganzes Netz in der Schweiz. Und dieser Vertrag wurde unterschrieben am 4.8. eben auf dem Knie von Injeta auf dem Öko-Fest. Wir wissen ja jetzt schon die ungewöhnlichsten Möglichkeiten, die er eben unterscheidet. Und aus diesem hier, dieser Mannschaft, die da dabei ist, ist eine Person, der jetzt eben mit Unitski ganz eng zusammenarbeitet und eben die rechte Hand von Unitski geworden ist. Für diejenigen, die eben das vielleicht schon mitbekommen haben, dass es da einen Strukturwechsel gab. Manchmal ist es eben bei so großen Unternehmen notwendig. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung der wichtigsten News seit dem letzten Webinar. Es war ein internationales Steppen-Symposium in Orenburg. Da wurde natürlich auch hier SkyWake-Konzept vorgestellt in dem ganzen, sage ich jetzt, Steppen-Gebiet. Hier geht es um die Orenburg, Skana, Pautinka, was auch immer das ist. Also, hier geht es einfach um die Neugestaltung im Ural. Ein Gebiet, das sicherlich sehr gebirgig ist, wo viele andere Möglichkeiten scheitern. Also, da waren eben auch hochrangige Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und Unitski hat seine technischen Lösungen dort vorgestellt. Und es wird hier alles in Erwägung gezogen. Wie es sich weiter auswirkt, das sei jetzt mal abzuwarten. Aber wie gesagt, er hätte im Moment sowieso keine Zeit. Aber um diese Reindustrialisierung überhaupt gewährleisten zu können, wäre eben die SkyWake-Technologie der beste und schnellste Weg, vielleicht sogar der einzige finanzierbare. Es geht hier auch um Arktis, um Steppengebiete und so weiter. So, dann hat die MyFin Belarus berichtet, wie man mit SkyWay Stauprobleme löst. Da gehe ich jetzt nicht ein, das ist einfach eine Zeitschrift. Dann hat das Nachrichtenportal objektiv über SkyWay ja natürlich sehr viel Negatives verbreitet in der Vergangenheit. Dann hat man sie dazu verpflichtet, dass sie das Ganze wieder rufen. Das Ganze ist nicht passiert. Man hat jetzt über einen Gerichtsvollzieher das Ganze eingeklagt, über die Rechtsabteilung und eben den Ruf wiederherstellen müssen von Unitski. Hier geht es darum, scheinbar haben die damals Krim einfach, haben sie ihn boykottiert, weil er für Krim tolle Möglichkeiten hatte, die man ihm dann kaputt gemacht hat. Mittlerweile ist es so, dass das Interesse auf der Krim wieder sehr groß ist an der SkyWay-Technologie. Und vor kurzem besuchten sogar ein Vertreter des Forschungsinstituts für Landwirtschaft der Krim und des Ausschusses für Innovation bei der IOK den Öko-Technopark. Also wir sehen schon an allen Ecken und Enden. So, jetzt haben wir leider ein Negativbeispiel, was auch passieren kann. Ich weiß es nicht, warum und wieso. Ich finde es sehr, sehr traurig, dass diese Rechtsanwältin Marvina Thul-Bathille, die eigentlich die Direktorin war, des Kaiwe Indonesia, da gab es vielleicht Probleme, weil einfach diese Zertifizierungszentren, das hätte sehr viel Geld gekostet, habe ich mal gehört, oder hat er sogar selbst geäußert. Und daraufhin hat er eben die Emirate vorgezogen. Und hier gibt es sehr viel Widerstand, hier hat es sehr negativ gesprochen, ich muss sogar Gelder, so wie es aussieht, veruntreut haben. Und deshalb ist im Moment Indonesien eingefroren. Das heißt aber nicht, dass Indonesien nicht interessant ist. Nur, es fehlt halt jetzt dort die Führung und das Ganze wird einfach nur verschoben. Bitte nicht hier die Panik schicken, sondern positiv sehen, denn wenn man an verschiedenen Stellen beginnt, das kann gar nicht alles auf einmal bewältigt werden. Und deshalb sehe ich persönlich das als sehr positiv eher an, sage, okay, ist im Moment auf Eis gelegt, keiner kann sich beschweren, es gibt einen Grund dafür, und er kann in Ruhe dort alles beweisen, wo er jetzt ist und arbeitet. Auch wenn manche sagen, das stimmt nicht. So, und dann hat er ja eine super leichte Traste für kleine Aufgaben jetzt auch errichtet. Die ersten Hürden hat man ja damals, hier sehen wir den Pfeil, schon gesehen beim Öko-Fest. Damals waren aber die Linien noch nicht. Er hat auch erklärt, diese Seile, die sind ganz interessant. Das ist eine spezielle Eisen, die man aufrollen kann, diese Rohre, und ganz leicht auch eben transportieren kann. Und man braucht hier, es ist wesentlich schneller eben zu realisieren, hier diese Schiene irgendwo anzubringen. Wo ist das Ganze interessant? Natürlich in Gebieten, wo weniger frequentiert ist, das heißt in Randgebieten zu Dörfern und so, wo also nicht so viele Menschen sind, wo man möglichst kostengünstig bauen sollte. Also man kann es auch sagen, so die Endlösung, ja, zu Häusern, zu Dörfern und so weiter, dann steige ich aus und gehe zu meiner Hütte, zu meinem Haus, ja. Ich gehe jetzt mal eins drüber, um einfach zu sagen, zu erklären nochmal diese Leichtlaststrecke, sie besteht eben auf hochfestem Stahltraub, nach dieser Vorspanntechnik von Unitsky. Und, wie gesagt, es wird hier verwendet in hochfesten Rohren, die speziell gefertigt sind, aber normalerweise verwendet werden auch bisher schon in der Ölindustrie. Die sind unendlich lang, haben keine Fugen und Quernäte. Das, was ich eben schon erklärt habe. Man braucht beim Einbau keine Verschlüsse oder andere Elemente, muss auch nicht abschleifen. Dieses Produkt kann fertig geliefert werden, es wird nur abgerollt und eben auf der Trägerkonstruktion montiert. Kein Abschlag, wie gesagt, notwendig. Es spart wertvolle Zeit und natürlich viel Geld. Interessant, vor allen Dingen hier in Gebieten, zum Beispiel in Sibirien, wo weniger Leute sind, in Afrika, weil es natürlich auch kostengünstig ist, große Flächen und so weiter, und in Wüsten. Diese Rohre werden dann möglichst vollgefüllt schon mit den Stahlreisen und dann wird natürlich der Rest noch mit dem Beton vollgepumpt, aber nicht sehr viel, weil die eben relativ schmal sind. Sie müssen ja auch nichts hinfragen und wir kennen es ja schon, das Leichtmobil, hier sehen wir es ja, hier hängt es drinnen. Das kann dann eben hier auf dieser Schiene bewegt werden und die Tests entweder beginnen oder sind vielleicht schon gestartet. Und was noch zu wissen ist, hier gibt es ein neues Rast. Also es sieht scheinbar etwas anders aus. So, dann nochmal kurz zurück. Dann gab es noch einen weiteren Zeitungsartikel, eben auch wieder, da geht es eben um neuartige Kraftstoffe und so weiter, in einer unabhängigen Zeitung, vielleicht gar nicht mehr jetzt, auf einer russischen Ausgabe, genau. Also laufend aktuelle in der Presse, was natürlich sehr wichtig ist. Hier in der Zeitschrift Direct Industry wird auch über die High Speed-Technologie in Berlin berichtet. Das ist eine Zeitschrift, aber auch eine Online-Plattform, auf die Detail sehe ich nicht ein, die kann ja jeder entweder nachlesen, auf der Plattform, oder wenn er schon dabei ist, eben intern im Backoffice. Dann aktuell haben auch viele schon gesehen, die japanischen Journalisten waren ja auch auf der Inno-Trans und haben das im japanischen Fernsehen Publik gemacht, haben groß berichtet, eben von der Inno-Trans und unter anderem natürlich von unserem Schnellfahrzeug, unseren Hyperion. Und jetzt komme ich zu dem, was wirklich viele, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn dann mit Spannung. Ich habe für euch auch noch eine Überraschung. Ich werde dann im Anschluss in die Gruppen von uns stellen. Wer nicht in unserer Gruppe ist, kann mich vielleicht über Facebook oder Skype kontaktieren. Ich habe einen ganz lieben Partner, der Gerhard Wagner, der hat sich die Mühe gemacht, den gesamten Text in einem Word-Dokument zu dokumentieren. Und dieses Dokument hat er mir erklärt, darf ich euch als Schriftsatz zur Verfügung stellen. Also vielen Dank nochmal an Gerhard Wagner, der sich hier die Mühe gemacht hat. So, aber jetzt gehe ich noch im Schnellverfahren darauf ein, um was es hier geht. Also, die große Überraschung, oder auch nicht, ja, wir haben es ja schon hier an, der Vertragsabschluss für das Grundstück war bereits im April. Und wir haben es geahnt, warum ist Junitzki ständig dort, ja? Er hat natürlich schon gearbeitet und das Ganze hat schon begonnen. Und was er mir auch persönlich erzählt hat, oder uns über ein paar mehr, auf der Innotrans, es handelt sich dort, wo er jetzt baut, in den Emirates, nicht um ein Testgelände. Natürlich wird dort auch getestet. Ja, man hat ja ganz andere Bedingungen. Man hat Sand, man hat Salz, man hat hohe Temperaturen, man hat Sandverwehungen, Sand kann sich zum Beispiel ins Getriebe reinreiben, könnte dort alles zerstören, und so weiter. Und die Emirate haben gesagt, ja, das ist ja wunderbar, ich sehe mir ja bei dir, Ökopal, dass es funktioniert. Aber wie ist es bei uns in der Wüste? Wir haben viel höhere Temperaturen. Das ist, wenn das Salz da reinkommt, wenn der Sand sich reibt, funktioniert das auch. Wenn du uns das beweisen kannst, dann bauen wir. Ja? Und deshalb baut er jetzt natürlich eine Strecke, die natürlich im Moment auch als Teststrecke gilt, aber die gleichzeitig integriert wird, ein regionales Bauprojekt, das dann auch die Emirates finanzieren. Und dafür haben sie ihnen ein Grundstück im Wert von 750 Millionen zur Verfügung gestellt. 25 Hektar Fläche. Und zwar im Stadtbereich. Warum im Stadtbereich? Ja? Weil dort entsteht ein ganzes innovatives Zentrum, was er uns auch schon in Berlin erzählt hat, ein Wissenschaftszentrum und ein Schulungszentrum für Fachleute. Das Ganze ist schon angeschlossen an die dort ansässige Universität. Und dort werden dann auch Studenten ausgebildet, die dann direkt an der Strecke arbeiten lernen dürfen. Sie werden ausgebildet natürlich in der Projektierung, das heißt in der Vorbereitungsarbeit, Betrieb für den gesamten Komplex. Also alles, was hier, Bau, alles, was hier passiert, wird denen dort vor Ort an den realen Projekten beigebracht. Und natürlich alles, was nicht, was man tun muss, was man ausarbeiten muss und so weiter, das dürfen die dort vor Ort lernen. Und natürlich wird es auch dort ein Büro geben, wo es von der Firma her gemacht wird. Und die Ausbildung wird dort in Englisch sein. Ja? Natürlich, es spricht ja nicht jeder Russisch. Junitzki sagt schon, es ist unglaublich schwierig, die Leute in Englisch auszubilden. Ich tue mich ja schon schwer, meinen Ingenieuren, das auf Russisch zu erklären, geschweige denn auf Englisch. Also das ist nicht so einfach, das bedarf schon etwas Vorarbeit und einer Ausbildung. Und dann wird dort natürlich ein Produktionszentrum entstehen mit einem Prüfstand. Warum Produktionszentrum? Er hat in diesem Interview auch erzählt, wie schwierig es war, zur Messe das Unibike zu bringen. Er hat gemeint, ja gut, er wird das verschiffen auf irgendeinen Fluss, dann ist das Ganze zu seicht gewesen, dann konnte man es nicht mehr weitertransportieren, dann wäre die Zeit knapp geworden, dann musste man das über Flugzeug machen, das Flugzeug machte dann noch einen Umweg über Luxemburg, und, und, und. Also, es war eine riesen Herausforderung. Ich sagte, wie wollen wir das denn machen, wenn wir hier viele Fahrzeuge bauen wollen? Wir müssen vor Ort produzieren, ja? Und deshalb wird dort natürlich auch ein Produktionszentrum entstehen. Also, ihr seht schon, das ist keine Kleinigkeit. Und wir wissen ja auch, es wird auch die Blockchain von dort gesteuert, hat er uns ja schon erzählt. So, er hat erzählt, der Bau, das Ganze ist bereits im April mit dem Vertragsabschluss gestartet, und der Baustart war bereits im Mai 2018, nach der Vertragsunterzeichnung. und zwar hat man hier ein spezielles, für ein sogenanntes VIP-Modul erstellt, speziell ein Fahrzeug für deren Bedürfnisse. Sehr kompliziert, und das Ganze wird in zwei Monaten fertig sein, und es werden die ersten Tests in Minsk stattfinden, und anschließend wird das Ganze transportiert in die Emirates, und dort werden dann die abschließenden Tests sein. So, im April will er bereits die erste Trasse für den öffentlichen Nahverkehr übergeben, mit dem UNIQA an den Scheich, mit dem UNIQA eben, diesem VIP-Modell für tropische Verhältnisse. Es gibt schon viele Aufträge dort, aber er muss es ihnen eben erst demonstrieren. Es wird ein Hängemodul sein, und es wird ganz anders sein, als das, was bisher er produziert hat. Wir wissen ja, es wird eine eigene Schiene bedürfen, und das, was natürlich die Österreicher ganz besonders gefreut haben, die es schon gesehen haben, das Walzgut hat einen ganz besonderen Anspruch, und es wird bezogen aus Österreich. Er war dort in Wien und hat es dort eben geordert. Es ist alles schon bezahlt, alles schon produziert, die Schienen sind schon komplett fertig, sie müssen nur in Anführungszeichen noch in die Emirates transportiert werden. Allerdings muss man sagen, es dauert Monate. Also es ist nicht so einfach, ich produziere, er kann ja in den Emirates nicht den Stahl verwenden. Also, das müssen ja die Österreicher lieben, die da einfach die bessere Qualität haben. Und deshalb ist das Ganze natürlich etwas aufwendig. Aber es funktioniert. Für uns natürlich praktisch in Europa, wenn die Österreicher das haben, weil da haben wir nicht so einen weiteren Weg. So, weitere Schwerpunkte. Das haben wir ja auch, wir kennen ja das Ökohaus im Ökofahr. Also, wir wissen, er arbeitet mit grünen Technologien, wir wissen, er hat einen speziellen Humus. Ja? So, was in solchen Ländern natürlich sehr wichtig ist, das ist wertvolle Bodenfläche, gerade in den Emiraten. Und um diese wertvolle Bodenfläche zu halten, hat er eben diese speziellen Ökohäuser, wo eben speziell die Erde drauf kommt. Da habt ihr diese Haltepunkte, ihr habt Baunhöfe, ihr habt Häuser, dort kommt dieser spezielle Humus, oder die Erde wird angereichert mit dem Humus und wird eben auch den Dächern eben angebracht, in speziellen Beeten, Gärten und so weiter. Interessant, dass diese Pflanzen, die da eben wachsen, auch seitlich gepflanzt werden, die sorgen auch dafür, dass in diesen Holzhäusern ein spezielles Klima ist, man nicht diese Klimaanlagen, die ja auch nicht so besonders gefunden sind, braucht und so weiter. Und das muss er Ihnen alles auch beweisen. Und dieses Ökohaus, hat er eben auch erzählt, das ist schon fertig in Einzelteilen. Es muss nur noch ausgeliefert werden. Es soll ausgeliefert werden und bereits im Neujahr fertiggestellt sein. Also, es ist im Hintergrund so viel passiert, dass wir nur staunen können. Wie gesagt, dann, genau, hier das mit diesem Klima. Also, diese Ökohäuser, ja, das möchte ich jetzt einfach vielleicht auch noch mal dazu sagen. Es geht hier nicht nur um die Emirates, ja, wenn dieses Ökohaus, das dort für Verhandlungen und Abschlüsse von Vorträgen und für sein Büro erst mal genutzt wird, wenn sich das dort bewährt, ich glaube, niemand von uns ahnt, welchen Markt das dann haben könnte. Ja, ob in den Emirates, in den heißen Ländern, in Afrika, was weiß ich überall, was das bedeuten könnte. Natürlich auch in unseren Regionen. Das ist unglaublich, was das dann vielleicht für einen Markt haben könnte. Ich glaube, dass sich die wenigsten da Gedanken machen, was das überhaupt bedeutet. Konstruiert eben auch aus diesen vorgespannten, speziellen Konstruktionen, wo einfach die Plankpflanzen, die auch wie wir schwitzen und dadurch kühlen, einfach ein ganz anderes, angenehmes Klima bieten, um für den Menschen natürlichen Lebensraum zu schaffen. Ich glaube, also Ökohaus, wenn das kommt, ich weiß definitiv, dass ich mich da wieder einbringe und auch investiere, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr lukrativer Bestandteil des Unitsky-Konzeptes, wenn ich das mal so sagen darf. So, dann fassen wir nochmal zusammen. Also, dort wird nicht nur Basis errichtet, sondern vier Anlagen, nämlich für den öffentlichen Personennahverkehr, für den Güterverkehr, wir haben ja gehört, oder wir werden es noch sehen, es gibt hier spezielle Fahrzeuge, die benötigt werden dafür, komme ich gleich noch dazu. Dann die superleichte Trasse mit unterschiedlicher Trassenstruktur, also auch die wird dort gebaut, das haben wir jetzt auch erstmals gehört, vielleicht hat er sie genau deshalb gemacht, um vielleicht hier eben spezielle, nicht so angebundene Gebiete in den Wüsten zum Beispiel zu erreichen. Zum Beispiel solche Oaken, könnte ich mir gut vorstellen, weil da brauche ich ja nicht viele Leute. Da kann ich mir vorstellen, dass diese superleichte Trasse eben dann relativ kostengünstig eingesetzt wird. Warten wir es ab. So, dann werden dort die Trassen besonderen Belastungen ausgesetzt. Bisher hat er ja so kostengünstig wie möglich im Ökopark gebaut. Dort würde er die Mittel zur Verfügung haben, um auch diese speziellen Belastungen eben dort zu testen, um komplizierter zu bauen, dass man auch beweist, Mensch, auch diese Belastungen sind möglich, zum Beispiel schwere Seekontenter. Es wird eine Bauhöhe von 6,5 Meter sein, die normale Bauhöhe, weil im Ökopark hat man ja niedriger, auch aus Kostengründen, das Ganze gemacht. Dort wird man es auf realer Höhe, mindestens 6,5 Meter, damit uns drunter der Verkehr ganz problemlos fahren kann und natürlich nicht gestört wird. Und dann gibt es diese Container, diese 40-Fuß-Container, die eben auch noch für die Fracht gebaut werden. So eine Beförderungsanforderung, das ist auch interessant. Man spricht hier von 30.000, 50.000 oder sogar 70.000 Passagiere pro Stunde. Ich war total überrascht, wie viele dort überhaupt transportiert werden müssen, dass dort so viele Menschen leben. Ein Vergleich hat er gebracht, die Metro in Moskau, die transportiert 8 Millionen im Jahr. Ich habe es mal durchgerechnet. Das wären meiner Rechnung nach, er hat eine bisschen andere Rechnung abgestellt, 22.000 pro Tag. Er sagt hier, okay, 25.000. Spielt keine Rolle. Das heißt, die Metro in Moskau, die größte Stadt von Russland, transportiert nur, sagen wir mal, vom Mittelwert hier die Hälfte pro Tag. Was eher bewältigen muss, dass man hierzu natürlich spezielle Fahrzeuge braucht. Nicht mit 6 Personen oder mit 14 oder mit 48, sondern Fahrzeuge mit 300 bis 500 Personen zusätzlich verbunden zu zügen, was ist, glaube ich, auch klar. Also auch wieder eine ganz neue Herausforderung und diese Fahrzeuge sollen ja alle dort vor Ort produziert werden. So, dann kommen wir noch mal zum Thema Fracht. Es wird ein spezielles Unicorn, das ist der Begriff für die Frachtfahrzeuge, für den Containertransport eben geschaffen. Es ist bereits in der Fertigung und soll ja auch nächste Woche schon den Emirates, die ja wieder mal auf Besuch kommen und sich anschauen, wie weit denn das Ganze fortgedient ist, gezeigt werden. So, diese speziellen Seekontainer sind 35 Tonnen schwer und 12 Meter lang. Also, wir haben sie ja schon bildlich gesehen. Wie gesagt, soll nächste Woche eine Delegation kommen aus den Emirates und eben die Produktionsberichten besichtigen, um das Ganze, mal wieder, wie weit das Ganze gediehen ist. So, und startet das Bauzentrum, wie gesagt, war bereits im Mai 2018. Es ist fertig soweit, inklusive Kommunikationssystem, Kanalisation und Wasserversorgung. Was ihr auch sagt, das war auch eine große Herausforderung, was wir uns gut vorstellen können, weil wir reden hier von Wüstengebieten. Wüstengebieten, ja. Das ist alles nicht so einfach. Und die Bedingungen ja auch, generell, ja, man muss sich auch an die Lebensart der Menschen anpassen. Ihr habt uns in Berlin erzählt, dort ein Konto zu eröffnen bei einer Bank, brauchst du schon mal drei Monate. Und das ist alles nicht so einfach. So, dann bekommt ihr noch ein zweites Grundstück, ja, mit einer Fläche von 200 Hektar, also ungefähr die Größe von Monaco, dass man sich das bildlich vorstellen kann. Und dieses Grundstück hat einen Wert von 1,5 Millionen US-Dollar und es ist geplant für die Hochgeschwindigkeit zum Errichten eben erst 500 Kilometer und später dann 600 Kilometer. Und langfristig soll dort dann noch Hyper-U entstehen mit einer Geschwindigkeit von 1250 Kilometer im Vakuumrohr. Also, das waren so die wichtigsten Aussagen. Noch etwas hat er dazu erwähnt. Moment. Und zwar die Frage, er hat ja angedeutet, es soll ein Rückkauf kommen für diejenigen, die schon länger dabei sind. Also, die meisten, die jetzt hier heute bei uns dabei sind, die werden wahrscheinlich das Thema noch nicht haben. Der Rückkauf, das hat mir auch Dr. Masler mal erwähnt, da gibt es einen bestimmten Topf, ja. Dafür muss nicht der Ökopark die Finanzierung beendet sein. Ganz wichtig zu wissen, ja. Sondern da gibt es einen Reserve-Topf und aus diesem Reserve-Topf können Rückkäufe getätigt werden. Und im Moment sieht es so aus, also würde man das über den Weg Token machen. Das heißt, Austausch in Token. Und diese Token kann man dann vielleicht auch wieder verkaufen, wesentlich früher vielleicht, wie alles andere. Genaueres sollen wir Ende des Monats, vielleicht kann es auch Anfang nächsten Monats werden, aber geplant ist Ende Oktober, soll es hierzu genauere Informationen geben. Alles andere wäre im Moment Spekulation. Ja. Also, warten wir es ab. Betrifft Normalfall eh nur 2014, 2015, vielleicht noch die frühen 2016er, wenn die Ersten nicht interessiert sind einzutauschen, weil es ist ja ein begrenztes Budget. Also, es beginnt damit, ja. Aber natürlich nach der Fertigstellung des Ökoparkes wird es auch andere Möglichkeiten geben. Und wann das genau ist, da wird so viel drüber spekuliert. Ja. Es kann schnell gehen und es kann noch ein bisschen dauern. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres durch sind. Aber wie gesagt, ich bin nicht helfsüchtig. Kommt drauf an, wie Gelder fließen. Vielleicht, wenn die ersten Gelder fließen von den Emirates, vielleicht will er gar nicht mehr mehr verkaufen. Ich weiß es nicht. Es sind einfach nur jetzt im Moment Überlegungen, warten wir es ab. Wenn es soweit ist, dann wird es passieren. Aber das Ganze mit dem Rückkauf wird starten, wird aber nicht diejenigen getreten, die jetzt 2017, 2018 dabei sind, denn ich denke, dass gerade aus 2014, 2015 da mehrere sind. Die haben ja unglaubliche Mengen teilweise. Und die werden dann vielleicht hier erstrangig bedient. Wenn da noch was übrig ist aus dem Kopf, dann betrifft es vielleicht auch die späteren. Das zum Thema. Ob es, also im Moment sieht es so aus, als würde es über den Tokenweg sein. Ja. Und auch der Tokenweg wird dann so einfach sein, dass man das natürlich wieder umwandeln kann. Aber wie genau, das erfahren wir, wenn wir einfach die Daten haben. Und dann werden wir auch darüber berichten. Vor allen Dingen natürlich in den Workshops, aber vielleicht auch in abgespeckter Version, in den Webinaren. So. Dann habe ich noch eine interessante Info heute bekommen von unserem André, André Wagner. Das interessiert vielleicht auch viele. Saudi-Arabien, Achtung, nicht Emirate, sondern Saudi-Arabien, Cantor, Hyperloop. Das scheint ein Politikum zu sein. Saudi-Arabien hat angekündigt, diese Milliarde, die sie investieren will, in Hyperloop, aufgrund einer Anschuldigung, die da politisch ist, mit irgendeinem Ding. Sie haben Sanktionen gegen sie gemacht und somit haben sie Hyperloop gekentelt. Also, wem das interessiert, der kann mich gerne, vielleicht kann ich euch auch in den Chat noch, diesen Artikel reinstellen. Also, es geht hier tatsächlich um einen Boykott gegen die Saudis und als Reaktion wegen diesem Boykott Pendeln, die auch Hyperloop. Also, vielleicht für den einen oder anderen interessant. So, das wäre es jetzt soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche hören wir uns dann wieder im Workshop. Also, wie gesagt, in 14 Tagen ist Allerheiligen kein Webinar, ja, sonst müsst ihr wieder umsonst warten und achtet einfach auf die Facebook-Gruppen, schaut rein in die Gruppen. Ich hoffe, dass es in nächster Zeit richtig auf der Website ist, aber es passiert halt leider immer wieder. Im Zweifelsfalle, fragt einfach bei uns an, fragt in den Facebook-Gruppen an, in den Skype-Gruppen an. Wenn in den Skype-Gruppen, Facebook-Gruppen nichts gepostet ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dann findet auch nichts statt. Ja, weil in Margits Zukunft beginnt jetzt, wird es immer gepostet, und in unseren Skype-Gruppen auch. In unseren Skype-Gruppen kann sich jeder aufnehmen lassen. Das hat nichts mit Teams zu tun. Wir nehmen die Leute auf, die dabei sein möchten, die informiert sein möchten. Sie müssen sich nur einfach bei mir melden oder bei denen, die die Erlaubnis haben, dabei zu sein, dazu zu fügen. Gerhard Steinregel, Marit Treuer, Timo Neumann und Jana Gentilini natürlich. Die dürfen beifügen. Mir fällt jetzt momentan nicht mehr ein. Erwin Mari meinetwegen auch, darf gerne auch zufügen. Meldet euch bei diesen Leuten, dann könnt ihr euch auch bei uns in den Skype-Gruppen aufnehmen. Erwin Mari hat auch eine WhatsApp-Gruppe, wer eher da unterwegs ist, der nimmt euch sicherlich auch gerne auf. Und dort werden die Termine auch immer gepostet. Ansonsten, denkt bitte dran, es wird demnächst, hoffe ich, von der Firma dieses Formular rausgehen, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr interessiert seid, an Skyway-Stammtischen, an Präsentationen, an Workshops, ob ihr Investor seid, der einfach nur mal sich informieren will, oder ob ihr jemand seid, der sich gerne mit aktiv das Unternehmen unterstützen möchte. Das gebt ihr dann einfach in dem Formular an. Ich werde es zeitnah in die Gruppe umstellen und vielleicht kriegen wir dadurch ganz neue Standorte. Ich würde mich unglaublich freuen darüber, wenn ihr, das wie gesagt, hat nichts mit Teams zu tun. Das Ganze ist, um Deutschland voranzubringen. Wenn ihr sowas auch wünscht für die Schweiz oder für Österreich, dann gebt uns Bescheid, dann machen wir auch hierfür eine Umfrage. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend und wir hören uns wieder, ja, weiß ich jetzt noch nicht genau, im November auf alle Fälle. Schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020